ich habe nichts gegen schwarze ich mag sie einfach nicht ja das ändert einiges in der situation wird wenn es sich beruhigt das beruht auf gegenseitigkeit bei den meisten schwarzen ich glaube du leihst unter gamertourette ne der ist immer so was soll ist gamertourette ganz einfach wenn du einfach nur irgend so einen beleidigenden scheiß von dir gesinnt und zockst du musst du und das ist noch nicht mal ein solcher bei mir er sagt das jedes mal ohne scheiße ist fucking salty ich glaube wenn der salty ist dann ist der goethe vor also goethe kann ich vorlesen nein 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 also nein egal wie dicht du bist goethe war dichter ein feuer war geschwebt auf leichten schwingen an mich heran ich fühle mich nicht du warst deine freundin erheb das wort auf neue erwein den äther zu durchdringen ok das klingt objektophilie wie sich von dem was wie sich von dem feuerwehrwagen durchdringen lassen what the fuck nein nimm mich du feuerwehrauto das geräte kommt gerade sehr geil wenn ich noch während des nebenbei am yaoi lesen bin ja passt doch wie heißt ein spanier ohne auto wer wohnt im dschungel und schimmelt beim spielen mogli was macht eine bombe im bordell für bomben stimmung sorgen ne puf oh gott die sind so schlecht oh gott ich hab ja noch whatsapp gekriegt warum die sind scheiße gut ich hab sie nicht bekommen also ist es nicht mal steff das war eine lustige puffe was findet man beim kannibalen unter der dusche hat den schulders was erhält man wenn zwei mercedes ineinander fahren geht ein cowboy noch mercedes ey ich kann auch kein cowboy zum friseur als er wieder rauskommt ist sein pony weg was macht ein redner krank wenn man eine hübsche frau sieht wenn zwei mercedes ineinander knallt dann kriegt er sterne ich dachte noch mercedes was sagt der große stift zum kleinen stift wachsmalstift was heißt sonnenuntergang aufgängig helsinki helsinki oh das ist so schlecht alter ich ohne scheiß ich hab sie böse angewohnt als sowas am nächsten tag meinen arbeitskollegen vorzutragen die werden mir auf den kopf kotzen wenn ich das mache darauf fütter ich dich jetzt auch damit ich bin so unentschlossen als japanischer krieger wäre ich ein nun ja tut mir leid kawaii kawaii scheiße kawaii scheiße der walfische zum walfisch was soll ich tun fisch sagt der walfisch zum walfisch du hast die walfische Das Schlimme ist ja... Ich habe gestern bei Weight Watchers angerufen. Aber da hat keiner... Ich bin sowieso der... Ich sterbe! Boah, das ist ja genauso wie... Ich hab letztens versucht, weil ich Freie damit anzurufen, aber der hatte kein Netz. Herr Doktor, ich hab Platzaxe. Sagt der Luftballon zum Psychiater. Herr Doktor, immer wenn ich hier drauf drücke, tut es weh. Sagt der Doktor, ja, drücken Sie doch nicht da drauf. Herr Doktor, immer wenn ich Kakao trinke, piekt sie im Auge. Nehmen Sie einen Löffel aus der Tasse. Ey, aber das ist ein legit Problem. Ich weiß. Das ist ein legit Problem. Das hab ich auch. Welche Handwerker essen am meisten? Maurer, die verputzen ganze Häuser. Autsch. G ole! Aaaaaaaa! Gashi stört nicht! Gashi hab nichts! Was sagts? Was sagt euch Gehn, wenn es auf ein anderes trifft? Hallo Gehn! Nachher, niceah! Das stimmt auch, Das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht. Was ist ein Kamee mit drei Höckern? Oh nein, holen, nein. Nein. Schwanger. Hä? Den hast du aus diesem dummen Trailer von YouTube. Hä, den verstehe ich nicht, hä? Was sind die teuersten Tomaten? Die Geldautomaten. Oh my God. Alter, hat man... Warum schlieb dir, du Hure? Alter, will... Geh dich, du Scheiße. Mich, hast du irgendwie eine Nachricht bekommen, dass du Aids kriegst, wenn du die nicht weitergibst oder so? Nein. Ich habe nur die Dumme angewohnt, Leute mit Scheiße zuzuladen, wenn ich gute Laune habe. Ich merke schon. Und ich habe gerade sehr gute Laune. Alles klar. Yay. And I am not even drunk. Wie nannten Game hat den 11. September, Tower Defense. Yay. Ja? Schlecht? Das gefällt mir. Nein, 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 nein. Ein wahrer Pfad weiß nicht. Er heult rum. Oh. Oh, ich schlug. Das sind drei Lowlife, nigga. Das sind drei Lowlife. Dann mach was. Dann töte sie. Oh shit. Wie wäre es, wie wäre es, wenn du es mal machst? Wie wäre es, wenn du einfach mal einen auf Shia LaBeouf machst und machst du it? Aber Shato, das ist ein Berliner, der hat eine große Fresse, dort war es. Das ist angeboren. Oh Gott. Oh Gott. Seit wann haben wir eine Alarmanlage? Du stehst auf der Katze. John Cena. Oh Mann. Weißt du, ich glaube, er könnte locker als Alarmanlage durchgehen, ey, ohne Scheiß. Weißt du, du stellst ihn vor deine Haustür und wenn jemand reinkommt, oh. Nee, er ist die Klingel für deine Angelegenheit. Ich sehe, Kashi ist ein legendärer Fischer. Oh stimmt, er ist ein legendärer Fischer. Oh. Er ist Helene, ist ein Fischer. Helene ist legendärer Fischer, was? Ja. Das ist, was er gesagt hat. Das ist ja schwul. Mit seiner Ultra-Rare. Er ist Ultra-Rare. Oh Gott. Oh, Kashi ist ein Rampage. Nee, 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 nee. Hilfe, 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 oh Gott. Was heißt, helft mir, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Scheiß. Jammer, 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 wie wäre es mit weniger Rechtschreibekorrigierung und mehr Hilfe? Hey, Jammer, weniger Jammer. Ich bin gestorben. Weniger Jammer. Oh. Es kittelt unter meiner Fußzone. Ich glaube, das war das Niveau. Es ist abgehauen. Was? Es ist schon wieder geflüchtet. Haltet es auf. Nagelt es an die Wand. Mit Erdnüschen. Es bewegt sich nicht mehr. Ist es schlimm, wenn bei einem Lebewesen eine Axt im Kopf steckt? Nö. Meistens. Manchmal. Ich kenne diverse RTL-Zuschauer, bei denen keine lebenswichtigen Funktionen eingestellt werden. Wir reden hier vom Niveau. Könnte hinkommen. Welches Niveau? Niveau? Das Ding, das immer in der Ecke heult? Du meinst dieses Shampoo? Ja, ja. Mit Donut-Aroma. Und Aloe Vera. Ich habe gerade irgendwann volle Kanäle. Helft mir doch. Noch ein Scherbchen dauern. Das sind euch alle. Ich möchte den Film Watchmen zitieren, in dem ich sage, die Welt wird schreien, helft mir. Und ich werde flüstern, nein. Eine andere Szene, die mir gefällt. Fuck. Mein Name ist John Cena. Scheiße. Hey, Big Figure. Nicht nur die Welt ist klein. Ich heile dich und nur dich. Komm her. Ihr glaubt, ich bin mit euch auf die Salern gefangen. Ihr seid mit mir auf die Salern gefangen. Geiler Option. Ich will wissen, was ich liebe. Ah, Mama. Schau. Ah, Svenja. Yay, du hast Wien bekommen, Kashi. Bin ich umsonst gestorben. Schon wieder. Ja, schon wieder. Nichts da, bitch. Ich habe immer noch gute Werne. Wie geht's God, encontiere es auf die Tasche? Vielen Dank.